Tera. Ein Produkt, das sein Entstehen der getrockneten Erde eines indischen Dorfes verdankt, die dann bemalt wird, um dem natürlichen Farbton ein neues Wesen zu verleihen. Vier Farbtöne stehen zur Auswahl. Zwei wärmere, Rot und Ocker, zwei kältere, Silber und Preußisch-Blau. Das Produkt lässt sich allein oder in Kombination mit Marmor einsetzen, wie man in dieser Küche sieht, deren Fußboden in Terra Rossa und die Wandverkleidung aus Marmor der Kollektion Oro besteht. Das Resultat ist sehr elegant. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.